Nicht den Kurven rammen, das wissen wir ja mittlerweile. Echt? Wenn das nicht, das ist es. Es würde mir echt gut gefallen, wenn sich's nicht aufgehangen hat, dieses Scheißspiel vorhin gerade. Bremst du ja nicht das erste Mal. Weg mit euch allen. Wählen nur zu ihm, lieber Wagen. 57... 58... 57... Das heißt, der fährt gleich schnell wie ich, oder? Hurry up, man! Sie sind weg! So kann man aufholen, auf jeden Fall. Einmal... Zweimal... So... who get the watches?! Schneller, 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 schneller! Wir hoffen! Gut. Weiter. Cheap. Ah, ich fahr' ja. Fuck, komm schon. Ich bin jetzt aber nicht so weit vom da entfernen. Nein, müssen wir ja da her später. Also mal schauen. Wo wir da im Kreis fahren könnten. Oh fuck, um diesen Cops zu hinkommen. Schaut gerade... Naja, ah, das sieht gut aus, sag ich ja. Gut. Und jetzt nicht aufhängen, bitte. Ich weiß nicht, was passiert mit Doga? Ich weiß nicht, er ist ein verdammt. Ich hoffe, dass du sterben. Oh Gott sei Dank. Ich weiß nicht, wie wir hier sind. Oh Gott. Ich nehme dich von hier. Du bist sicher, dass ich mich nicht aufhören möchte? Nein, Mann. Ich habe es unter Kontrollen. So, Nola? Okay, dein Problem. Hey, warte. Du hast gut gemacht. Hier. Ich nehme diese Karte. Du hast es verdient. Du hast es geschafft. Great. Ich habe endlich die große Karte. Du hast die Karte. Also, wenn du dir nicht aufhören möchtest, Es wird ja auch schon allein, wenn du nur ausgerehr war. Und, wie lange durch die Karte? Im Moment, ich habe die Karte. Wenn sie nicht so gehen, das will ich den Eingriff nach oben, deshalb machen wir jetzt mal das. So. Gut. Kann ich das irgendwie einfach einstecken? Nö. Nur wegwerfen. Hallo, ich brauche mal kurz dein Fahrzeug. Und nehmen wir dich mal mit. Hilfe anbieten. Was ist denn? Hey, du hast Sao Yi, oder? Ich war vorhin zu fahren und hätte gewonnen. Aber dieser Mann, Tommy Han Lan, er verratete mich auf der Straße in der letzten Minute. Kannst du ihm eine Lehre erzählen, um ihn wieder zu tun zu machen? Ja, sicher. Wo machen wir? Waffe sein Auto, das wird ihm verraten. Was machen wir? Wir fahren mit dem geilen Moped. Motorrad-Sprung. Motorrad-Sprung. Ne, ne. Das Motorrad finde ich geil. Warum? Warum? Warum muss ich den zerstören? Bam, bam, bam. Was? 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 Was machst du? Ich zerschlage ein Auto, du Idiot. Und jetzt zerschlage ich dich. Wieso? Weil ich's kann. Danke. Ja. 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 Sehr gut. Weg damit. So. Kleinbus-Geschäft. Schauen wir mal, ob das was gebracht hat, was wir verkauft haben. 20,11 Meter weit gesprungen. Was ist da? Rot. Ah, ein paar Schläger. Die ihr eins auf die Fresse wollen. Ich hab Probleme mit diesem fetten Kerl. Ansonsten... Ich hab echt... Ich sterbe mich echt keiner von euch. Äh... Sehr schön. Gut. Das war's. Das bringt mir anziehen oder... Schaut so aus. Gut. Auf aufs Muppet. Auf aufs Muppet. Und... Ab geht's. Gewehr durch die Gassen. Gewehr durch die Gassen. Und... Schönen. Schönen. Sachwerb gestalten. Und hier. So. So... Wir machen Foto. Mein Mann, weh. Ist doch gut. Ihr bestandet nach der Nachtmacht. Ich habe mich auf die Chance, Winston. Ich wollte sicher, dass es sich nicht verdankt. Du hast die richtige Attizide. Das wird dir verdankt. Ihr wisst. Ihr wisst. Ihr wisst nicht, dass ich das Minibus racket habe. Sie wissen, was das Minibus racket? Es ist genauso wie alle. Wenn Sie einen guten Weg fahren wollen, Sie bezahlen. Das ist richtig. Sie wissen, dass die Marble Drive auf Marble Drive verwendet? Das ist die größte Weg in der ganzen Stadt. Von jetzt auf, ist es Ihr. Danke. Ich mag es, Winston. Ha, ha. Daube-Eyes, Walt. Jetzt ist es seine Weg. Aber du weißt, wie man mit ihm zu tun hat. Es wird mein Freude. Ich muss das nehmen. Geh ein paar von den Leuten mit dir, um dich aufzuhalten. Oh, Jesus. Los geht's. Na, die paar Muskel-Männer. Die hässlichen. Was ist passiert? Wir gehen auf Offense. Wir nehmen über Marble Drive. Ein Mann per Stop. Jeder, der dir Scheiße gibt? Schau sie auf. Schau sie auf. Schau sie auf. Schau sie auf ihr? Der Daube-Eyes ist der Sonne auf Yig. Wir nehmen die Route. Wir nehmen nicht den Krieg. Der Daube-Eyes ist mit mir. Okay. Ich nehme diesen. Gut. Ja, schau sie auf. Wer bist du? Geh da runter. Hey, ich bin gut. Wie können wir nach Daube-Eyes gehen? Können wir nach 18 K? Der Daube-Eyes kam nach uns? Das ist K-Bag. Jaaa, das versuchen wir dann gleich mal, wenn irgendwo Platz ist. Schau, Daube-Eyes ist mein Werk für Lied. Aber Winston antwortet direkt an Ango Pro. Niemand wird mit dem Tränen. Niemand wird mit dem Tränen. Niemand. Ah nicht. Und von... Ja... Äh... Den wollte ich gerade blocken. Aber mir fällt gerade auf, das sind Telefonzellen. Das schluckt er mal und dann haben wir hier noch ne Telefonzelle. Und so, es geht natürlich viel schneller um dich, nehmen wir zu diesem Rollladen. Ab und... ...geschlossen. So, bleibt nur noch. Sorry, wenn ich dich nicht getroffen hab. Das war keine Absicht. Das war keine Absicht. Okay, du kannst mit dem Fisk. Ich gebe dir das. Danke. Ja, wir haben einen anderen Mann mit uns ein paar Mal zurück. Er war gut mit dem Fisk, auch. Er kam aus keinem. Er ist eine gute Geschichte. Er hat nicht viel gesprochen. Er erinnert mich von ihm. Ein viel. Er hat sich gesagt, er war ein Fisk. Das ist, warum er nicht jemanden kann. So, jetzt wissen wir, wie zu spüren ein Fisk. Du kennst das? Du kennst das? Du kennst das, was sie machen, oder? Wenn Tom mit ihnen fertig ist, er schützt sie live. Sechs bis unter. Niemand kommt für dich. F*** dich. Ich denke immer noch so an das, und du f*** dich manchmal. Bist du verrückt? Nein. Wollen wir mal hoffen, dass sie nicht herausfinden, dass ich nicht in den Kopf bin, oder was? Los geht's! Nein, 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 du bleibst hier. Ich werde das tun. Schau, wie ein echte Mann das macht. Hör dich, doch! Niemand blitzig! Warte! Du musst sie holen! Gut. Buskampf. Du kannst nennen. Du musst sie holen. Du musst sie holen. Das war auf. Du und sie gehst. Ich habe mich schon bezahlt, Doga. Dust hier an Winston? Winsden? Ich weiß sie nicht, wie Winston ist. Ich mag die Uppe. Es ist ein kleines Problem mit dem Bus, also wir machen eine Veränderung. Alle aus dem Weg, ich muss meine Passagiere und... ...hain bringen und sie hören. Ich bin der Mann. 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 Wir fahren hier links. Wir rammeln ihn über die Straße. Aber du sollst keine Gegner, keine Leute töten. Ich will nicht die Statistik sein. Ich bin der Mann. 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 Ich will nicht mehr, dass ich die Statistik sein möchte. Das ist schon eine coole Spur. Ey Mann, verzieh dich mal! Wie viele Autos sind das eigentlich nicht anerven? Oh, ich bin der Mann. Das sollten wir nicht machen. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Wie viele Leute hier eigentlich totfahren, das fällt mir erst auf. Woher sind die Polizei? Jetzt relax. Ich bin der Mann. 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 Fahrgastzufriedenheit. Aha. Gut. Wollen wir mal die Fahrgäste sichern hier. Ja, ja, klappe. Mann, mach uns nicht, bitte. Hab ich nicht vor. Auch wenn ein echter Busfahrer niemals zu fahren würde. Ich fahre also. Unangekommen. Nur bitte. Ja, jetzt gefällt es ihnen wieder, ne? Mission abgeschlossen. Wunderbar. Wunderbar. Mit der Copa-Fahrung tut mir ein bisschen leid. Wenn ich da was verscheißen. Dann muss man mir auch neben mich hören. Check, ich habe gehört, was passiert jetzt. Hoffentlich alles ist okay. Mein Aufschutzhaut jetzt sollte ich ihn anrufen. Hey, warte. Ich bin bei Tranna in der Tropshop. Wir wissen, dass du noch keine eigene Fahrzeuge hast. Komm her, wenn du ein Auto willst. Oh ja? Ja? Wie viel würde das kosten? Keine Worte. Ich werde dir einen guten Geld geben. Sende auf ihr. Niemals bezahlen. Fahrzeuge kaufen kann ich also auch. Truckverkleidung steht vor dem Popstarshof. Wir wachen sie es in den nächsten Schritt. Okay, 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 okay. Alles mit der Ruhe. Irgendwenn sollte ich doch noch anrufen auch. Vielleicht später. Also, Kontakte. Kamel? Ja, hallo. Manda, es ist Wade. Machst du nichts später? Wade! Hi! Ich ging um den Magistrate Park zu sehen. Willst du kommen? Nein. Oh, cool. Wir sehen uns in ein bisschen. Vielleicht in Victoria Peak. Ja, das wäre lustig. Tschüss, Wade. Ich habe keine Lust da. Willst du einen Massage? Weitere eine der wenigen, properly licensierte Kliniken in der Stadt. Okay. Keine Worte. Ich werde dich ausreden. Oh, was ist das? Ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust. Vielleicht nehme ich ein heißes Biss, wenn du nach Hause gehst. Das wird mir helfen, die Toxen zu entfernen. So. Ähm. Um ehrlich zu sein, ich werde jetzt mal Escape drücken, speichern und es sein lassen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Äh. Bis dahin. Ciao.